Wer seid ihr denn eigentlich? Ich bin Polina, ich bin Bulgarin, bin 35 Jahre alt und in meinem ersten Leben bin ich Kunsthistorikerin und in meinem zweiten Leben bin ich Künstlerin. Also ich habe eine Galerie und habe eine eigene Modekollektion und schreibe Bücher und bin auch noch als Mutmacherin unterwegs. Mein Name ist Kerstin Gernich, ich arbeite als Business Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte, weil ich mich selbst mit Ende 40 selbstständig gemacht habe und ich bin als Speakerin, Autorin und Coach unterwegs und bin 20 Jahre älter als Paulina. Und jetzt 55. Sieht man aber nicht, finde ich. Oh, du bist immer so schade. Und ja, ich liebe, was ich tue und habe ein Buch über ungewöhnliche Unternehmer geschrieben mit dem Titel Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, für das ich zwei Jahre lang unterwegs war, von Berlin bis nach Sri Lanka, denn ungewöhnliche Unternehmer, wie Paulina beispielsweise, trifft man ja nicht an jeder Ecke. Ich bin aber nicht in Ihrem Buch drin. Leider nicht, da kannten wir uns noch nicht, aber ansonsten sind wir natürlich reingekommen. Und mein erstes Buch geht über das Glück des Zufalls und das Nichtstum genießen und warum wir das Leben dem Zufall überlassen. Ja, insofern sitzen hier zwei Autorinnen und Bloggerinnen und Speakerinnen und Lebensfreudige. Ja. Und woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Ich habe die Kerstin bei einem Vortrag über das Thema Geld, also ihr Lieblingsthema, Ah, jetzt mein eigentliches Thema. Genau, kennengelernt und ich habe sie danach angesprochen, ob sie meine Speakerin bei dem Format Unternehmerinnenfrühstück wird, was ich in meiner Galerie veranstaltet habe. Und so ist sie geworden und ich fand es gleich toll mit ihr. Also die Chemie hat gleich gestimmt. Ja, und dann kam ich in diese tolle Galerie, wo alles wunderbar schon mit Frühstück gedeckt war und tolle Frauen saßen, die sich alle für das Thema. Über Geld spricht man endlich, damit du endlich verdienst, was du verdienst, interessieren. Und dann war ich total fasziniert von deiner Galerie, diese schönen Stoffe und die wahnsinnigen Farben und die Lage und ja, und dann natürlich hier dieses unglaublich charmante Temperament einer Bulgarin, einer Halb-Bulgarin. Das hat mich gleich sehr angesprochen und ich freue mich, dass wir uns da angefreundet haben und seitdem so einen faszinierenden Austausch haben als zwei Entrepreneurinnen. Und ich war von Kerstins, ja, also Redegewandheit sehr fasziniert und von ihrer hohen Professionalität. Also ich finde, junge Unternehmerinnen brauchen solche Vorbilder. Also sie ist für mich ein echtes Vorbild in vielerlei Hinsicht und ich finde das toll. Und ich bin sofort Paulinas Charme erlegen. Insofern ist sie auch mein Vorbild in anderer Hinsicht. Dann versucht doch mal, euch gegenseitig zu beschreiben. Was findet ihr dann da toll, was findet ihr nicht so toll und was verbindet euch, was macht euch unterschiedlich? Unterschied 20 Jahre nur im Alter, aber das merkt man nicht. Und sonst haben wir alles schon gesagt, oder? Naja, ich glaube, wir sind schon ziemlich unterschiedlich und ich glaube, das hat ganz viel auch mit den Kulturen zu tun, aus denen wir kommen. Also für mich bist du eine sehr kreative, charmante, herzbetonte Frau, die sehr stark aus dem Bauch lebt und auch unglaublich schön formulieren kann. Ich habe ja da ein Buch über den Zufall gelesen und das ist eine wahre Freude, dieser Formulierungskunst folgen zu dürfen. Und wenn ich uns jetzt so in unserer Unterschiedlichkeit beschreiben sollte, würde ich sagen, ich bin halt schon sehr businessorientiert und sehr strukturiert und analytisch. Aber das nur auf den ersten Blick. Nur auf den ersten Blick natürlich. Und wenn man hinter die Fassade guckt, dann merkt man auf jeden Fall, also Kerstin hat einen tollen Spirit und ist wirklich sehr lebendig. Also ich glaube auch, es gibt sehr viel mehr Dinge, die uns verbinden, als die, die uns voneinander trennen. Wir sind beide wahnsinnig neugierig. Beide Steinböcke auch noch. Wir sind wahnsinnig neugierig auf die Welt und lieben Menschen, lieben das Leben, lieben Reisen, schreiben gerne, halten gerne Vorträge, sind gerne auf der Bühne und lieben tolle Klamotten und Farben. Das sieht man sich heute nicht an, aber heute bist du sehr businesslike. Dann erzähl doch mal von euren bisherigen Reiseerfahrungen und auch, ob ihr schon noch nach Kreuzwald wart. Also ich bin mit 18 nach Deutschland gekommen. Das war mein erster Auslandsaufenthalt und ich bin seitdem aber glaube ich über 20 Mal umgezogen durch die Bundesrepublik und ja, also gereist bin ich hauptsächlich in Europa und in den letzten drei, vier Jahren habe ich die, ja die Fernweh, das Fernsehen, Fernweh und die Reiselust und fast Reisesucht, kann ich sagen, für mich entdeckt. Und ich sag mal, ich bin so in 30 Ländern ungefähr gewesen und ich will schnell nachholen, was ich verpasst habe in meiner Kindheit. Also ich habe nicht gezählt in wie vielen Ländern ich war, aber ich hatte das große Privileg wirklich sehr viel von der Welt gesehen zu haben. Ich war schon in Indien, sogar als Reiseleiterin, ein faszinierender Kontinent. Ich war in Afrika, ich war in Amerika, wo ich sogar ein halbes Jahr gelebt habe. Ich habe fünf Jahre in Frankreich gelebt. Und ich war in wahnsinnig vielen Ländern in Europa schon unterwegs, aber was ich so faszinierend finde an den Routen von Verrückt nach Meer, dass das halt alles Routen sind, wo ich noch nicht war. Und das ist das Faszinierende, die Welt ist so groß, man kann so vieles sehen und noch entdecken und das ist einfach schön, dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Absolut. Und was reizt euch jetzt an der ausgewählten Route im Speziellen? Na wir haben ja relativ viele Routen ausgewählt. Und zwar alles Routen, wo wir die Länder und Städte eben noch nicht kennen. Also ich will dem deutschen Winter entkommen, definitiv. Also ich will wirklich im Winter, wenn es geht, gar nicht in Europa bleiben. Also wenn die Sonne scheint und wir tolle Menschen treffen und tolle Ausflüge machen, ich bin auf alles neugierig und sauge wahrscheinlich alles auf. Und ich bin auf unsere gemeinsame Zeit sehr gespannt, weil wir noch nie drei Wochen aufeinander gehockt haben, sag ich mal. Wir werden auch da nicht aufeinander hocken, sondern miteinander ganz viel machen. Das ganze Schiff aufmischen. Das wird uns gelingen. Ja und eine Kreuzfahrt, ich habe schon mal eine Kreuzfahrt gemacht und das Faszinierende ist ja dabei, man begegnet irre vielen Menschen, überlegt mal, da sind 1200 Menschen, wir können jeden Abend jemand anderen begegnen oder auch bei den Ausflügen. Und man sieht halt unglaublich viel von der Welt in sehr kurzer Zeit und ich kann dir verraten, man ist fantastisch gut auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ja, verwöhnt. Und wird wahnsinnig verwöhnt und hat es wirklich gut. Und ich habe ja schon gefragt, die Dame vom ARD, wir hätten überall Zugang, wir dürften mal zu den Schiffsköchen und wir können uns mal angucken, wie die arbeiten und wie man für 1200 Menschen kocht und ja und so viele Landausflüge dann auch zu machen und auf dem Schiff. Wir hätten Inspiration für die nächsten fünf Bücher. Unbedingt mindestens. Und vielleicht schreiben wir eigentlich gemeinsam über die Reise. Und was denkt ihr, weil jetzt für den jeweils anderen die größte Schwierigkeit oder Herausforderung auf der Reise? Und ja, wie stellt ihr euch persönlich die Reise vor? Schwierigkeiten? Da denke ich gar nicht drüber nach. Naja, also ich glaube, Oscar Wilde hat mal gesagt, wenn ich allein sein kann, wird immer einsam bleiben. Das ist ja eine Herausforderung, mit 1200 Menschen drei Wochen lang unterwegs zu sein. Und ich brauche beides. Wir sind ja beide extrem kommunikativ und lieben das auch. Aber man braucht halt ab und an auch den Rückzug. Genau. Und ich glaube, das wäre für mich eine Herausforderung zu sagen, ich brauche ab und an auch mal Rückzug. Aber da reicht mir schon, wenn ich die Nase in ein Buch stecken kann oder ein bisschen auf meinem Computer was schreibe oder... Ich sehe auf dem Deck und Sonne mich... Meine größte Angst wäre, kein WLAN zu haben, weil ich muss schon einmal täglich irgendwie E-Mails checken und beantworten. Ansonsten ist das der Horror nach der Reise. Das muss ich dir austreiben. Gut. Detox. Wenn dir das gelingt, dann bist du meine große Meisterin. Und was ist jetzt eure Motivation, an dieser Reise teilzunehmen? Warum gerade eine Kreuzfahrt? Fernweh. Reiselust. Neugierde. Ja, Lebenshunger. Also ich habe diese Ausschreibung gesehen, verrückt nach mehr. Mit Doppel-E und hier mit EH, mit E-Heige auch gepasst. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Und es ist einfach der Wahnsinn, weil das total verdichtete Zeit ist, in drei Wochen so viele Orte sehen zu können, so viele Menschen zu begehen, so viel erleben zu dürfen und da noch Paulina dran und so kann der Wahnsinn. Das wird ein volles, explosive Programm sein. Das wird gegenseitiges Coaching in unterschiedlicher Hinsicht werden. Ja, das stimmt. Viel Lachen, viel Spaß. Ich will auch eine Motenschau haben auf dem Schiff. Da wirst du mal ein Beispiel sein? Du, auf dem einen Kreuzfahrt, wo ich war, war das tatsächlich so, man durfte da was einbringen. Coole Idee mit einer Motenschau. Wir packen irgendwas Schickes ein. Das können wir die Leute auch integrieren. Das ist eine gute Idee von dir. Ja, Fotoshootings machen. Was ist jetzt die größte Herausforderung auf der Reise? Und habt ihr auch irgendwelche Bedenken? Nö, wir freuen uns. Auf die Reise. Haben wir nicht. Wir wollen gewinnen. Wir möchten gerne eine Reise. Cheers. Auf die Reise. Und warum gerade ihr? Weil wir einfach ein unwiderstehliches Paar sind. So ein Paar wie uns muss man erstmal finden. Zwei Frauen, zwei Entrepreneurinnen, zwei mega neugierige, zwei total offene. Schrill, ungewöhnlich, authentisch, ehrlich. Nett. Ja. Kommunikativ. Mehrsprachig. Unverwältig. Einzigartig. Ja. Ungewöhnlich. Danke. Danke.